Herzlich willkommen zu einem neuen Review von TopTrends. In diesem Video tauchen wir in die Welt der automatisierten Fensterreinigung ein. Unser Fokus liegt auf dem Ecovacs WinBot W2 Omni, einem hochmodernen Fensterputzroboter, der dir nicht nur die harte Arbeit des Fensterputzens abnimmt, sondern dies auch mit beeindruckender Präzision und innovativen Technologien tut. In diesem Review erfährst du alles über seine Funktionen, Vor- und Nachteile und wie er sich in verschiedenen Tests und Alltagssituationen schlägt. Der Ecovacs WinBot W2 Omni ist nicht nur ein Fensterputzroboter, sondern ein komplettes Reinigungssystem, das mit einer 6-in-1-Multifunktionsstation ausgestattet ist. Diese Station fungiert als Ladestation, Steuergerät und sogar als Stabilisator während des Reinigungsprozesses. Das kompakte und dennoch robuste Design des WinBot W2 ermöglicht eine einfache Handhabung und Transportfähigkeit, wobei die Station mit einer Kabelaufwicklungsfunktion ausgestattet ist, die Kabelsalat vermeidet, ähnlich wie bei einem klassischen Staubsauger. Mit seinen Abmessungen von 27,1 x 27,1 x 7,7 cm und einem Gewicht von nur 1,6 kg ist der WinBot W2 Omni relativ leicht und dennoch stabil. Die Multifunktionsstation selbst wiegt 5,2 kg. Trotz dieses Gewichts lässt sich die Station dank eines gummierten, klappbaren Griffes leicht von einem Fenster zum nächsten transportieren. Der WinBot W2 Omni ist mit der WinSlam 4.0 Technologie ausgestattet, die eine intelligente Fahrtplanung ermöglicht. Dies bedeutet, dass der Roboter in der Lage ist, seinen Reinigungsweg effizient zu planen und anzupassen, abhängig von der Form und Größe des Fensters. Unterstützt wird dies durch die Sensor-Smart-Detektionsrahmen, die den Roboter dabei unterstützen, Kanten präzise zu erkennen und Hindernisse sicher zu umfahren. Eine der herausragendsten Funktionen des WinBot W2 Omni ist die Weitwinkel-Sprühzerstäubungstechnologie mit drei Düsen. Diese sorgen für eine gleichmäßige Befeuchtung der Fensterfläche, was in Kombination mit der intelligenten Positionsspeicherung eine gleichbleibende Reinigungsleistung gewährleistet. Die Wasserdruckleistung wurde im Vergleich zu früheren Modellen um 100% erhöht, während die Reinigungszeit um 90% reduziert wurde. Sicherheit steht bei EcoVax an erster Stelle. Der WinBot W2 Omni ist mit einem zwölfstufigen Schutzsystem ausgestattet, das sowohl Hardware- als auch softwarebasierte Sicherheitsmaßnahmen umfasst. Zu den Hardware-Sicherungen zählen eine automatische Luftdruckkompensation, eine optimierte Saugleistung von 5500 Paar und eine schwimmende Reinigungstuchplatte, die den Roboter stabil und sicher am Fenster hält, selbst bei Stromausfall. Der WinBot W2 Omni verfügt über einen brandneuen Kantenreinigungsmodus, der es ihm ermöglicht, auch die schwierigsten Ecken und Kanten mit hoher Präzision zu reinigen. Dank der hochentwickelten Sensoren kann der Roboter Kanten innerhalb von 0,02 Sekunden erkennen und seinen Reinigungsweg entsprechend anpassen. Diese Funktion ist besonders nützlich bei rahmenlosen Fenstern, die oft eine Herausforderung für herkömmliche Reinigungsmethoden darstellen. Die Reinigungsleistung des WinBot W2 Omni ist beeindruckend. Laut Tests und Nutzerbewertungen reinigt der Roboter Fenster gründlich und hinterlässt nur selten Rückstände oder Flecken. Dies liegt vor allem an der starken Saugleistung und der präzisen Sprühtechnologie, die Schmutz effektiv löst und entfernt. Selbst stark verschmutzte Fenster werden in kurzer Zeit wieder strahlend sauber. In Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit punktet der WinBot W2 Omni mit einer einfachen Handhabung. Der Roboter kann sowohl über die EcoVax App als auch manuell gesteuert werden. Die App ermöglicht es, den Reinigungsmodus und die Sprühmenge anzupassen, während die manuelle Steuerung direkt über die Station erfolgt. Ein weiteres Highlight ist der Sprachassistent, der den Nutzer durch den Reinigungsprozess führt und anzeigt, wann der Roboter sicher entfernt werden kann. Mit einer Akkulaufzeit von etwa 110 Minuten kann der WinBot W2 Omni eine Fläche von bis zu 55 Quadratmetern reinigen, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Dies ist ausreichend für die meisten Fenster in einem durchschnittlichen Haushalt. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert etwa drei Stunden, was im Vergleich zu anderen Geräten in dieser Kategorie akzeptabel ist. Überlegene Reinigungsleistung Der WinBot W2 Omni reinigt Fenster gründlich und schnell dank seiner fortschrittlichen Technologie und leistungsstarken Sprühfunktion. Benutzerfreundlichkeit Die Steuerung über die App und die Multifunktionsstation ist intuitiv und einfach zu erlernen. Sicherheitsfeatures Mit einem umfassenden Schutzsystem ausgestattet, bietet der WinBot W2 Omni ein hohes Maß an Sicherheit während des Betriebs. Vielseitigkeit Der Roboter kann auf verschiedenen Fenstertypen eingesetzt werden, einschließlich rahmenloser und geneigter Fenster. Lautstärke Der WinBot W2 Omni kann während des Betriebs recht laut sein, was bei längerem Einsatz störend sein könnte. Eingeschränkte Hinderniserkennung Obwohl die Sensoren gut funktionieren, gibt es immer noch gelegentliche Probleme bei der Hinderniserkennung, insbesondere bei kleineren Hindernissen. Ladestation Die Multifunktionsstation ist relativ groß und könnte in kleineren Wohnungen als störend empfunden werden. Der Ecovacs WinBot W2 Omni ist ein erstklassiger Fensterputzroboter, der sowohl in Bezug auf Technologie als auch auf Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Mit seiner starken Reinigungsleistung, innovativen Funktionen und robusten Sicherheitsmechanismen ist er ideal für Haushalte, die eine zuverlässige und einfache Lösung für die Fensterreinigung suchen. Trotz kleinerer Schwächen, wie der Lautstärke und der Größe der Ladestation, bietet der WinBot W2 Omni ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis und kann den Alltag erheblich erleichtern. Wenn du nach einem Fensterputzroboter suchst, der deine Fenster mühelos sauber hält und gleichzeitig sicher und einfach zu bedienen ist, dann ist der WinBot W2 Omni definitiv eine Überlegung wert. Er bringt die Technologie des automatisierten Fensterputzens auf ein neues Level und ist eine lohnenswerte Investition für jedes moderne Zuhause. Bei Amazon erreicht der Ecovacs WinBot W2 Omni eine Kundenzufriedenheit von 4,1 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 500 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 520 Euro. Das war's mit unserem Video über den Ecovacs WinBot W2 Omni Fensterputzroboter. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten so gleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung, den WinBot W2 Omni zu kaufen, helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Fensterputzroboter von Ecovacs haben, schreib es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal.